Hallo und herzlich willkommen zurück beim Kashi, da sind wir wieder Und mit Rangit und Lenko Die Tür hängen Leider konnte ich tatsächlich heute meinen Controller noch nicht reparieren Nö, nö Aber was ich geschafft habe ist wenigstens auch schon ein bisschen was Wird jetzt komplett über die USB Spannung versorgt Ich habe noch zwei kleine Drähte reingemacht Dass es auch stabil läuft Die Kondensatoren, ich denke das sind die Kondensatoren Die da Schrott sind Kleine Elkos Aber ohne die geht es anscheinend auch nicht Das ist, äh, nö Verlasten Ohne geht es anscheinend auch nicht Hm Naja egal Hauptsache läuft jetzt erstmal über die USB Spannung Und Info-Season Diesen Unfall von Xbox Controller nicht mehr verwenden Erstmal nicht mehr Ich weiß nicht warum Aber irgendwie empfinde ich mittlerweile Xbox Controller als ein Unfall Irgendwie als etwas was hätte geboren wären dürfen Das sind die ergonomisch gut sind Aber trotzdem Aber trotzdem Nein Ich wollte zu viel Du schaffst das doch jedes Mal, ne Magnetsschuhe haben gerade kurz gehalten Lol Hier, nimm mein Geld, halt die Schnauze und ich gehe runter Ich würde sagen mein USB Port, da tut echt, äh, genügend Strom rausballern Natürlich habe ich auch gesagt, äh, das Maximum rausballern, also 1 Ampere Ich habe dir einen großen, dicken Anschluss genommen Hätte mir noch Progen kaufen sollen Egal Der Penner schießt da jetzt schon Ich habe ihn getroffen, gut Ich hätte mir wirklich mehr Drohnen kaufen sollen Ich habe es vergessen Beziehungsweise versäumt Da ist noch einer Da ist noch einer Hä? Was soll ich sagen? Was geht jetzt los? falsche Waffe Ja komm Komm rüber Erwischt Errrrrrwischt Ja komm Scheiße Warum? Du stehst mir im Wege Ich habe vier Ich habe vier, das passt Ich habe die Anvisiert Warte, 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 warte Warte, 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 warte Warte, 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 warte Jetzt hast du natürlich deine Jungs abgeladen, ne? Ja Mh, 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 mh Ähm Gucken wir gleich wieder Das passt nicht Das passt nicht Gut, not passt Kacke, kacke und Bababam Das ist jetzt wirklich grob Das ist jetzt wirklich grob Zehn Stück mit Eine Schönheit Ja, Schlaganfall, Kalli So Mh Mh, mh, mh Soll ich jetzt mal hoffen, dass ich jetzt nicht schon wieder falle runter zu fallen Ich will es nicht schon wieder schaffen Wieder falle runter zu fallen Hab ich das gerade wirklich gesagt? Oh nein Komm schon Ey, ficken der Hölle Eine Thornheit Das ist gar nicht was ich gerade gesagt habe Egal, ich bin konzentriert Hä? Hier meine Idee ist kacke Gerade die Idee, ich renne einfach durch mit äh Und mache ja einen auf action hält, aber Hä? Das hat jetzt nicht so funktioniert wie ich gedacht habe Zumindest kann ich hier nicht einfach durch rennen und einen auf action hält, aber Ja, nein Ja, nein Wenn wir es gewesen Na, kommst du noch rechts? Oh, komm Doppelkommapel hält besser Oh, komm schon Dickechen, komm schon Komm Komm Na komm Doppelkommapel hält besser Was ist das? Bevor das jetzt, äh Bevor das jetzt ein scheißer Ohr verartet, ne? Geh ich nochmal zurück Dann kann ich, äh Nicht doppelt verkacken Versuch es zumindestens Man lasse ich da jedes Mal runterfallen, ne? Nervig Das wollte ich jetzt nicht Ich hab heute ein paar tolle Sonderangebote Ja, halt's Maul gepär Eine gute Wahl Danke Seht wohl So, nicht verkacken Sonst war's das mal ne gute Wahl Ach Ich hab auch schon fast raus, ne? Ist da noch einer? Seht ich gerade so nicht Ach, leck mich am Arsch Äh, da essen wir mal was Na? Hm Egal, gucken wir erstmal hier Das wir hier den Weg freimachen Ich kann mich gerade nicht konzentrieren Das tut mir leid Ich bin gerade so angespannt Ich kann mich nicht konzentrieren Es tut mir verdammt nochmal leid Ich hab ihn Ich hab ihn Und da kommt schon wieder neue Ah, komm schon Ich kann mich gerade echt nicht konzentrieren Weil ich will das hier schaffen Weil ich will das hier schaffen Aha Aber was blockiert dich? Irgendwo ein Schalter, ein Energiefeld oder sonst was? Nein Was? 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 Was ist da für verantwortlich? Vielleicht Vielleicht irgendein Schalter irgendwo hinten Oder ich hab keine Ahnung Ich weiß es nicht Hoffentlich werde ich jetzt nicht runter Aber umschauen könnte nicht schaden glaube ich Ah Ah, Muni Vielleicht sehe ich hier Was Was Kraftfeld aktiv hält Oder Auch nicht Äh Oder einfach nö Ja Hm Das war schon Widerstand stirbt, Todeslinja Ich hoffe, es kommt jetzt kein Ninja-Versorgungsschiff, weil das jetzt dumm Wenn ich nehm zwei auf und krieg nur eine Droh... Das muss ich mal erklären Das ist doch dumm Ich habe gerade noch gesagt, hoffentlich nicht Tja Am besten nie hoffen Da haben wir ein paar Drohnen werden gut Sooo Hohoho Na komm Lass dich... Lass dich töten Mh Arschluch Ah Kann ich hier... Ne, da ist kein Schalter Ich wollte gerade sagen, kann ich hier durchgucken Aber da ist kein Schalter oder so Guck immer noch, ob da irgendwo ein Kraft... Ähm, Kraftfeld-Schalter ist Blblblblblblblblblblblblblblblblblblb Ha Kauft nochmal die, die Dutch Hatten mir auch geholfen. Hm, was ist denn da? Nur Lampen. Ah, aber ich sehe immer auch keinen Schalter oder sonstiges. Also ich habe noch Hoffnung, dass ich das Ding da kriegen könnte. Noch habe ich Hoffnung. Ach, bin ich guter Hoffnung? Ich glaube, ich sollte alle Hoffnung fahren lassen. Das wird alle Hoffnung fahren. Denn es bringt sowieso nichts. Und die Munition ist weg. Ach doch, ich habe sie aufgenommen. Danke. Erstmal wegfliegen, ne? Erstmal wegfliegen, ne? Aber was ich jetzt per USB betriebe? Ein Steam Controller merke. Die LED ist dunkler. Ohne Batteriebetrieb ist die LED echt dunkler. Naja, mit kaputten Kondis. Aber was kann man da? Keine Wunder. Ich vermute immer, dass es die Kondis sind. Aber egal. Wo will ich dich? Ich will dich hier. Was ist mit der aber? Wie nervig. Oh, das ist jetzt... Das ist so dumm. Ja, du würdest ihn blockieren. Neee. Gehst du den? Ach komm, ist das dumm. Nehmen wir den. Okay, nehmen wir den. Anders blick ich es nicht. Ah, da fehlt immer einer. Ach, Mann. Kriege ich denn die Mitte ausgefüllt? Gar nicht. Gar nicht. Das ist gar nicht so gut. Immer einer fehlt. Kann doch nicht wahr sein, ne? Geht doch. Mann, war das jetzt scheiße. Boah, ich bin noch nicht mehr die Hälfte zu Dreck vorgestoßen, ne? Diesen Dreck-Typ. Der so dreckig ist. Der so dreckig ist. Der so dreckig ist. Ja, ich bin noch nicht mal die Hälfte bei ihm. Beziehungsweise, ich vermute, dass er da ist, äh, weil da Ziel. Vermute es. Leck mich! Bin weg! Ja. Ja. Äh, fick dich doch. Hack! Erwischt. Das war jetzt das cleane Chip. Treffer. Aber da oben ist was. Da. Wollen wir uns noch mal da hinkommen. Hm. Da war er hier nicht. Räh, nech. Diese Pilze haben leider keine vernünftige Struktur. Wollen wir einfach hochkommen könnte. Aber nö. 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 Ja, so. Nö. Äh, das ist ein großer Fels. Das ist halt der Fels in der Brandung. Nö. 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 Wirklich ein Loch. Äh, f***. Bin ich wieder hier? Äh, ich hasse dieses Spiel. Manchmal hasse ich dieses Spiel. Ja, ja, schön für dich. Deine Sondergebote kannst du jetzt gerade dahin schieben, wo die Sonne wächst. Ah, ist das nervig. Amor, das ist eine gute Wahl. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Nech. Bist du wahr? Ich glaube, ich drücke auf Pause und kämpfe mich wieder an dieselbe Stelle durch. Bis gleich. Ja, das dauert sonst zu lange. Los, meine Fresse habe ich jetzt Munition verbraucht, um hier wieder herzukommen. Und dieses Mal achte ich auf das Herdloch. Äh. Dieses Mal achte ich drauf. Versprochen. Nein, du probierst es nicht, darüber zu springen. Nein. Oder? Oder? Na, leck mich am Arsch. Aber schön ist es, dass ich hier gelandet bin. Ich glaube, dass ich jetzt fast nicht gesprungen werde, hat es gut geklappt. Die Zufriedenheit macht sich breit. Ah, der Kloch aufpassen. Die wird schon wieder reinfallen. Äh, Gelette. Die Schnaußwahl hätte echt größer sein sollen. Fast wäre das jetzt in der Hochskill. Aber wie ich hier in einen anderen grünen Bereich hinkomme, das wäre... Ich weiß nicht, wie ich da das Topfeld abschalten soll. Vielleicht kann man es doch... Ist ja noch irgendwo ein Schalter. Ich habe Hoffnung. Leck mich am Arsch. Wie viele sind das? Äh... Wann euch denn alle schaffen? I don't knuff. Jetzt nur so viel Muni habe ich nicht mal. Dafür brauche ich deutlich mehr Munition. Und viel mehr. Habe ich nicht noch einen vollen Hydro? Yeah. Bin ich doch froh, die Ladung mitgenommen zu haben. Aha, Ladung. Hm. Ja. Komm, steuer wie du willst. Aber steuer. Fassbar finde ich, dass ich jetzt schon fast... Also letztes... Gestern waren es 30 Minuten. Jetzt sind es 30 Minuten. Ich bin aber auch nicht mit dem Level durch. Ist... Du brauchst ja echt eine Stunde für, ne? Oh. Oh. Ich flieg da genau rein, ne? Aber wenn man mal zusammenzählt. Letzte Folge. Diese Folge. Ist das eine Stunde? In riesen Clanky verwandeln. Uh. Ich hoffe, hier ist ein Checkpoint. Wie immer noch unlogisch wie Sau ist, aber egal. Kamera rede ich. Kamera rede ich. Kamera rede ich. Aber der riesen Clank gefällt mir. Das ist cool. Das war eigentlich nicht zu seinem eigentlichen Aussehen. So null. Aber... Gefällt mir. Können wir gleichzeitig mal gucken, ob man da... Wahrscheinlich nicht, ne? Ich würde wahrscheinlich nicht zurückkommen. Da. Da da eigentlich. Oh gut. Oder? Nein. Nein. Äh. Ich sehe auch keine weiteren Walls. Äh. Schade. Recht schade. Wann ich kaputt machen? Schade. Hey. Was zum... Hehehe. Schwachköpfe. Nach allem, was ihr durchgemacht habt, sterbt ihr jetzt da, wo alles anfing. Das ist so... poetisch. Jetzt gilt es, Clank. Holen wir ihn uns. Okay, wir machen länger heute. Hehehe. Kann man einfach rückhalten, oder? Ja. Kann ich. Ich werde zwar dabei sterben, aber egal. Schade, schade. Hört doch mal auf. Hä? 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 Holy Fuck. Ist das jetzt dein Ernst? Hä? 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 Ich glaube auch ein Künder. Ja, weh? Und jetzt ballert er sich da schiessend durch was... Äh. Hallo, Fell Knoll. Hallo, Dickerchen. mit dem Schlaganfall eine gute Wahl ach so, nicht mal günstiger? ne, oder? eine gute Wahl nein, das einzige praktische jetzt hier ist mir die Chance ähm er sich da ballernd durchjuckelt, ne? gibt mir die Chance, hier aufhören zu können das ist das letztlich gute jetzt so, ich will dich ne, du dich Pikachu eine Dinger rund? die fallen runter, ne? was seid ihr für Scheiß-Plattform? ah, hättest ihr kaputt gemacht, okay egal also ich hoffe, ich hoffe, dass ich jetzt nicht so ganz versage Plattform ja, legge mich am Arsch mit was soll ich dich jetzt eigentlich töten? wer war meint irgendwie so hast du Leben? nein? jetzt klar ist das Fieses, ne? dass der Blaster hier so vertreten ist, finde ich interesting oh, scheiße und ich sag schon wieder oh Gott das kostet Geld, Junge das kostet Geld ich hab heute ein paar tolle Sonderangebote kostet Geld na, geh weg ich hab was Besseres nicht wirklich, ne? was machst du da, Kashi? ich werd jetzt fast in den Abgrund gerannt einfach aus Lust und Laune die muss ich ja schon berühren die fallen einfach um, ne? oh, muss der Dreck ah komm schon, lass mich springen was ist denn das war? ja, kall leck mich am Arsch komm, wir machen morgen weiter ich hab keine Lust mehr heute ganz ehrlich ich muss das entspannt machen nicht so angespannt der Typ ist doch echt behindert außerdem geht mir langsam die Zeit aus also, wir machen morgen weiter vielen Dank fürs Zusehen, euer Kashi lasst mal schönes da hauen sie rein und dann schauen wir mal ob ich Mr. Dreck besiegen kann ich sehe ich schon, es ist schuldig aber schauen wir mal vielen Dank hauen sie rein und tschüss und tschüss